Was geht ab? Wir zocken in eine weitere Folge Tavernmanager. Tavernmanager Simulator, ihr wisst was ich meine. So, in der letzten Folge haben wir ja unsere ersten Gäste in Empfang genommen. Ich habe jetzt Sachen nachbestellt und zwar einmal Möbelstück. Das heißt, wir haben jetzt unseren ersten Tisch, den ich jetzt gleich platzieren soll. Und ich habe nochmal ein bisschen Alkohol nachgeholt und zwar 15 Stück, dass wir ein paar mehr haben. 10 Münzen übrigens für ein Bier, da gibt das alles einen Sinn. Und die 5 Münzen, die ich extra bekomme, weil ich bekomme immer 15, sind für höflichen Gastgeber. Das nochmal nebenbei für euch, falls ihr Interesse habt, das Ganze zu zocken, dann habt ihr schon mal ein bisschen Hintergrund. So, platziere die neuen Möbel da vorne. Das heißt, wir gehen ins Inventar, gehen auf Deko. Ne, wo ist das? Ach hier, den Zweck habe ich auch noch am Start erhalten. Jo, wo stellen wir den denn hin? Hier vorne? Ey, das ist ja geil. Warte mal, den habe ich noch gar nicht... Das ist ja fett, kann ich den hier oben draufstellen? Yeah, zieht es euch rein. Dann ändern wir das Schild gleich zu diesem Gnom. Ja, den lassen wir stehen. Begrüßt mal die Gäste. Stark. Okay, dann gehen wir da rein. Tablett, Tablett, Inventar. Dann gehen wir auf Möbel. So, und können hier den Tisch platzieren. Wie kann ich den ganzen... Das ganze Zeug denn drehen? Alles klar, mit denen. Ich würde sagen, wir knallen den mal hier so in die Ecke rein. Ungefähr... Ja, was weiß ich. Einfach nur so vor das Fenster. So weit kann ich gehen. So weit. Einfach hier hin. Fertig. Boom. Neue Aufgabe. Dekoration bestellen und empfangen. Habe ich doch. Ach, Deko fürs... Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Es steht, in dem Freitagent zu dekorieren. Wende, Boden, bla, hast du nicht gesehen. Alles klar. Dekor kannst du gleich selbst rausfinden. Das gleiche, wir müssen mal aufmachen. Ich habe Bier, ich habe alles, aber irgendwie kommt keiner. Oh, wir haben es halb sieben. Ist ein bisschen spät. Aber egal, ich habe heute die Nachtschicht. Das passt schon. So, dann sollte ich mal schon ein bisschen anfangen zu zapfen hier. So, alles klar. So habe ich nur so wenig Becher. Das verstehe ich nicht. Wo sind die denn alle? Ich habe wieder vorhin gewaschen. Das war nur gut. Oh nein. Das ist schlecht. Ich will direkt mal den Mülleimer ausprobieren. Habe ich auch noch nicht gemacht. Trägt alles klar. So, und das auch noch. Bäm. Stark, alles klar. So, ihr könnt kommen. Oh, ich habe geschlotzt. Warte, ich muss mal kurz hier den Besen nehmen. Na, mach. Na, weg, genau. Sehr schön. Alles klar. Boah, hier sind die ganzen Tassen hin. Die habe ich total vercheckt. Alles klar. Dann lasst uns mal schnell noch aufwaschen, bevor die ersten Gäste kommen. So, und dann holen wir uns gleich gemeinsam Deko. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle noch übrig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich habe nur schnell den Alkohol nachbestellt. Oh, da ist schon die erste. Oha. Einen wunderbar schönen. Äh, was möchtet ihr? Ein Bier natürlich. Was denn sonst? Hier, ich gebe euch ein glänzendes. So, lasst uns kurz mal hier anquatschen. Hahaha. Ja, hoffentlich. So, und dann gucken wir mal weiter. Kann ich denn diese, das Geschlotze da hinten, kann ich das wegmachen? Äh. Ja, hier, den Geschlotzen habe ich jetzt weggemacht. Sehr schön. Okay. Aha. Der ist jetzt nicht so, der ist nur gut. Kann ich nicht hinstellen, weil den noch keiner will. Oh, da kommt unser erster Zweiertisch. Oha. Oh, was ist denn da los? Was ist das? Dahin? Nee. Was ist denn da? Was ist denn da hinten los? Ja, Dekoration, das holen wir uns gleich. Ich würde gerne erstmal hier ein bisschen ausschenken. Ist das der Opa mit seiner Enkelin? Oder ich hoffe, das ist das. So, ein Wunderschön. Interessiert mich ja gar nicht. Ach so warte, ich brauche noch ein zweites wahrscheinlich. Dankeschön. Schönen Feierabend oder was auch immer. zwei Stück. Jetzt hat die das Ekelhafte. Oh, das ist nicht gut. Ja, guten. Oh, sie trinkt es auch noch. Ey, benimm dich mal. Und dann, wie ist denn da eine Frau? Was ist denn mit dir los? So. Okay. Können wir direkt mal aufwaschen hier? Heck. Hat immer so ein bisschen Delay, weil die ganzen Animationen dauern immer etwas länger. Deswegen sieht das manchmal ein bisschen unbeholfen aus. Na, hol da raus den Humpen. Sehr schön. So, alles klar. Was machen wir denn heute? Deko ist das Thema. Machen wir auf jeden Fall noch. So, wir machen mal weiter. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich das alles wegkriege. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. So ein kleines bisschen. So, alles klar. Ich habe ehrlich gesagt Bock auf noch einen Tisch. Weil wenn Zweiergruppen kommen. Mal hier direkt vier Stück. Kann ich ja wegpacken, das läuft. Oh, nice. Okay, alles klar. Alter, werdet ihr drauf geschissen? Ist ja ekelhaft. Oh mein Gott. So verwenden. Ja, ich will nichts verwenden. Ich will den wegmachen und will hier sauber machen. Wie soll ich den denn sauber machen? Ernsthaft? Was ist denn mit euch los? Wie? Oh, nee. Ey, Ladies. Das war jetzt nicht das. Also, das ist nicht das, wonach es aussieht. Hier hat keiner hingekackt. War nur so. Oh mein Gott. Hier sieht es auch aus. Deswegen kommt die vielleicht nicht rein, ne? Die haben Fußabdrücke gesehen. Haben gesagt. Oh, nee. Ey. Hier kommen sie. Wie kann ich das wegmachen? Verwenden. Oh, ich bin doch ein Honk. Wisst ihr warum? Klar, ich habe keinen Platz auf dem Tablett. Deswegen kann ich die alten Becher nicht wegnehmen. Ja. Naja. Wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Alles gut. Jeder macht Fehler. So, jetzt ist Blitze blank. Wahrscheinlich wollten die Ladies an den Tisch und der war aber voll. Deswegen. Hallöchen. Voll angeschrien. Okay. Was ist da hinten los? Oh. Guck mal da. Oh, die will was trinken. Ich gehe einfach auf Wanderschaft. Okay. Ganz interessant. Ja, ich komme doch schon. Ganz ruhig. So, hier, bitteschön. Klar. Das bringen wir weg. So, dann können wir noch ein bisschen waschen. Gucken wir mal die Dinger hier sauber. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal direkt entweder nach dem zweiten Tisch oder nach Stück und das und das. Passt. Nach Dekoration. Das heißt, wir gehen hier auf. Ne, wir gehen nirgendwo hin. Hier, Lieferung. Möbel. Blitzmöbel. Das ist das gleiche. Okay. Äh, wie kann ich zurück? Alles klar. Deko. Was haben wir denn? Ein Kaktus. Äh, Set Nummer eins. Okay. Für fünf. Lass uns einen Kaktus holen. Okay, was können wir denn noch verbessern? Das habe ich nämlich auch noch überlegt. Warte mal, da hat es geklingelt. Ich glaube, da ist jemand rein. Ne, die geht. Ey. Alle Söbeln hier da drauf, ey. Kannst du den Schlotz wieder wegmachen hier? Ich bin eben, ne? So, sauber ist es. Oh, 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 hier. Das ist der Zweiertisch. Der zweite Zweiertisch. Sorry. So, ja, ja. Ich komme schon. Ich komme schon. Ganz ruhig. Was sind du für Probleme? Jo. Ah, da hinten kommt er. Alles klar. Gehen wir da hin. Der bringt gerade rum so einen Kaktus. Alles klar. Ja, klar. Voll der kleine Kaktus und dann hier so einen Riesenbeutel oder was? Und jetzt heißt es, ich muss ins Inventar gehen. Inventar. Dann gehe ich auf beweglich. Okay. Wo stelle ich denn den hin? Oh. Hier. Auch einer einen Kaktus? Ja. Dreckt gut drauf, ne? Verstehe ich. Ja. Na klar. Elbengeschichte. Ne, trink ruhig. Voll dabei am Schielen. Lass die mal machen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So, kauf eine neue Tavernenebene. Also sollen wir quasi ein Upgrade freischalten. So. Hier. Nehmen wir erstmal den ganzen Schrott. Jetzt muss ich auch noch unterm Kaktus putzen. Geht das? Ja, geht. Leute, geht alles. So. Guck mal hier. Zweiertisch, ne? Wer Bock hat, kann sich direkt neben Kaktus setzen. Coole Geschichte. Aber ich glaube, ich hole den Zwerg von draußen rein. Wie geht denn das? Reifen. Okay. Ah, kann ich ins Inventar legen? Oder ich stelle den Kollegen einfach hier hin. Gehen wir dahinter. Oh ja, so ist geil. Da steht doch einer. Das ist cool, ja? Doch, das finde ich dufte. Okay, wir zapfen mal noch ein bisschen. Ich mache auf jeden Fall das Ganze fast leer hier. Und erst dann wird zugemacht. Wir brauchen hier jede Münze. So. Dann holen wir uns gleich auf jeden Fall eine weitere Ebene. Sprich ein Upgrade. Was ist denn hier? Warum zeigt ihr mir denn die ganze Zeit hier den Tisch an? Was heißt das? Hier ist frei oder was? Aha, kurze, kurze Frisur. Hä? Fesh? Schick? Hip? Würde die Jugend sagen. Ne, sagen sie nicht. Ich vergesse immer diese Humpen wegzulegen. Setz dich hin. Ja, setz dich mal hin. Einen wunderschönen guten Tag. So. Was haben sie denn zu berichten? Wir lesen mal wieder. Neulich versucht ein Händler Gremlins eine Flasche Edgardian Air zu verkaufen. Sie kauften drei. Ha, 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 ha. Welch eine Story. So, wir gehen da rein. Und waschen den Blödsinn mal ab. So, und dann gucken wir direkt mal danach, wie das aussieht. Mit Upgrades. So, perfekt. Alles klar. Ist da noch einer? Nö. Kann ich hier mal direkt gucken gehen. Also, wir haben Verbesserung. Was nehmen wir denn? Wir haben Verbesserung des Arbeitsplatzes. Mehr Geschirrplatz an der Theke. Okay. Ah, der römt ja das Ding in der Lerne. Tisch für Reservierungen, für Bestellungen und Inventarverweiterung. Alles klar. Wir nehmen erst mal die Bar. Was kostet hier der Tisch? Ne, lass uns den Tisch nehmen. Weil dann kann ich nämlich noch mehr vorbereiten. Kann die da hinstellen und dann habe ich es nachher einfacher. Kann ich quasi ein ganzes Fass leer zapfen und kann dann besser zumachen. Nice. Weil ich mir da so glänzt. Tisch für Geschirr. Ja, ja. Er gibt Sinn. Alles klar. Krieg hin. Krieg hin. Krieg hin. So, super. Ich habe mich da drauf gegöbelt. Na klar. Machen wir direkt sauber. Easy peasy. Zack, zack, zack. Wunderschön. So, dann lass uns mal gucken gehen. Was kommt da rein? Kann ich denn jetzt eigentlich die hier nehmen? Alle vier und da hinstellen? Einen zu nehmen. Halten. Um alles zu löschen? Was soll denn das? Ablegen. Ach, hier. Ist klar. Ich verstehe. Okay. Ja, das ist doch viel cooler. Dann kann ich doch hier weiter zapfen. Okay, zwei Stück haben wir noch. Dann lass uns das mal machen. Oha, war das knapp. Alles klar. Ansonsten gebe ich denen halt so eine Schaumkrone. Ist doch Ritze. Oder nicht? Ach, zwei Stück. Durch drei. Warte mal. Schau mal weg. Hab ich zugemacht? Ne, ist noch offen. Okay. Was ist denn hier mit? Guck mal, wir haben noch 135 Stück. Wir könnten eigentlich schon mal Nachschub fordern. Lieferung. Einkaufsliste. Wenn ich jetzt rausgehe und wieder rein. Hat er immer noch drinne. Alles klar. Zehn Stück für den Fuffi. Lass uns das mal machen. Dann gehen wir auf Verbesserung und schalten noch frei die Bar. Will die Bar haben. Verbesserung des Arbeitsplatzes. Mehr Geschirr. Ist doch cool. Haben wir noch mehr was verkaufen können. So. Ist das jetzt gekauft? Ne, habe ich nicht. Mal Verbesserung. Habe ich das jetzt gekauft? Ne, Tavernenerweiterung. Neue Kunden. Neue Möbel. Neue Deko. Ah, das kann ich nicht, weil ich die noch nicht habe. Ah, das heißt, ich muss das noch kaufen. Okay, dafür brauchen wir noch ein bisschen was. Ah, guck mal an. Da sind wieder welche. Noch mal zwei Stück. Ja. Stimmt, beim Kaktus. Hallo, ihr Geschwisterchen. Ziemlich freizügig hier, einer von euch. So. Alles klar. Wir gucken mal eben schnell. Elbische Geschichte. Stark. Was hast du noch zu erzählen? Irgendwas mit aufräumen. Alles klar. Wunderbar. So, jetzt können wir langsam neue Leute kommen. Ist hier Mau hier? So, was hat der hier nochmal gehabt? Ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Guck nochmal rein. Steht aber auch nicht da, was geliefert wurde. Das war der Alk. Ja, ja, ja. Genau, der Alk war das. Alles klar. Oh, da kommt noch ein Zweier. Oh, lass uns mal noch einen Zweiertisch holen. Können wir das machen? Haben wir noch so viel Kohle? Verbesserung? Lieferung. Äh, Möbel. Holzmöbel. Ach ja, der fährt jetzt erstmal zurück. Boah, ernsthaft? Lass mich doch bestellen. Der muss ja nicht direkt zurückkommen. Möbel. 35. Guck mal, perfekt. Alles klar. Noch einen Tisch. Bring mal noch schnell einen. Okay, die Ladies sind da. Dankeschön. Alles Gute. Nimm doch. Alles klar. Bist schnell sauber. Sonst hauen die anderen nachher ab. Sauber. Ja, ja. Wunderschön. Kommen die jetzt rein? Ja. Guckst du dir an. Hallo. Guten Tag. Hier sieht es aus wie Sau. Ist nicht schlimm. Mach's weg. Aber ich muss unbedingt so einen Abtreter holen, ey. Die gehen mir voll auf Pinsel hier mit dem. Mit ihrem Zeug. Oh, warte mal. Der Ding ist es gekommen. Bobby. Bobby, der fahrende Lieferant. Wer kennt ihr nicht? So. Cool. Reinschmeißen. Dann. Ach ja, die wollen nur noch was trinken. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich komme schon. Ich komme schon. Alles gut. So. Einmal ganz kurz anbabbeln. Ja. Interessante Story. Schön. Alles klar. Danke. Auf Wiedersehen. So. Noch zwei. Ich muss den Tisch entstellen. Schnell. Inventar, Möbel. Jetzt muss aber schon wieder flott gehen. Wie war das mit dem Drehen? Alles klar. Machen wir hier hin. Direkt daneben. Privatsphäre gibt es hier nicht. Tag. Ihr könnt's. Ja. Schön. Guckst du dir an. Oh, mit dunklen Haaren. Machen wir auch noch nicht, oder? Hallo. Guten Tag. Hey, 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 hey. Boah, da könnte ich direkt mit dem Besen. Wo ist der Besen? Willst du dir damit klauen? Äh, hauen? Hier raus, du Dreckschwein. Ja, hi. Guten Tag. Ich kenne dich nicht. Mann, ey. Hier sieht's wieder aus. Wenn das weiter so geht, dann bräuchte ich echt Hilfe. Oh, Leute. Wir haben halt ein Bier mehr, ne? Alles klar. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Keiner hat draufgekotzt. Das ist auch mal was. Das finde ich klasse. So. Lass uns die mal direkt abwaschen, die Sachen hier. So. Was kriegen wir jetzt eigentlich für so ein Zweiertisch? Gibt's da mehr oder weniger? Ich muss mal gleich gucken. Hä, was war das jetzt? Egal. Ich will mal ganz kurz gucken. So, war die Bubble. Noch anquatschen. Wenn wir die jetzt noch anquatschen, dann krieg ich ja einen Höflichkeitsbonus. Für beide. Was kriege ich dann? Was schleicht denn hier rum? Irgendwelche Triebtäter oder was? Hier, ich muss nochmal. Ja, ja. Oh, 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 oh. Heute fehlt noch eins. Ne. Alles klar. Jetzt nicht? Ja, ja. Ist ja gut. Ach, ich hab das eine vergessen. Also eigentlich bin ich ein richtig organisierter Typ, ne? Aber jetzt gerade hier. Was hab ich jetzt bekommen? 15 Probier oder was? So 30 krieg ich von denen. Was heißt das? Babbel hier nicht rum. Hat es mir ja nicht auf den Tisch. Und deine Schwester auch nicht hier, ey. Was soll denn das? Mhm. Jetzt muss ich aber zapfen wie ein Irrer, ne? Was ist denn jetzt los? Oh, nee. Das Wasser ist leer. Ja, da hat einer hingeschissen. Was ist denn das? Weg damit. Bin ich das im Inventar? Brauche ich nicht. Ekelhaft. So, jetzt muss ich mal ganz schnell waschen hier. Hier gehen dir die Sachen aus. Okay, alles klar. So mit Kundenhöflichkeit ist jetzt hier nichts mehr, wenn das weiter so geht. So, geh mal her hier. Oh, schnell. Zieh das Ding da durch. Passt das? Nice. Alles klar. Ja, ja, ja. Kommt, kommt. Alles klar. Kommt. So. Hopp, hopp, hopp. Zack. Alles klar. Wunderbar. Lass doch das mal. Mal ganz kurz hier. Zock, zock. Alles klar, bitteschön. Mal sauber. Das heißt, er ist frei. Klar, wir quatschen immer noch an hier. Brauchen ganz viel Ruf, dass immer mehr Leute kommen. Oh, was hast denn du hier? Hast du irgendwie die Genickstarre oder was? Oh, hallo. Bisschen eng oder was? Wenkt euch einfach das Laken weg, dann passt das schon. So, jetzt muss ich schon wieder hier zapfen. Dort im Himmel. Ja, meine Mutter hat auch immer gesagt, Vorbereitung ist das halbe Leben. Okay, lass es sein. Ein Stück nehmen wir. Ja, ist doch schon da. Level up. Alles klar. 500 Münzen verdient. 500 Münzen, wie viele haben wir denn? Der Wahnsinn. So, komm mal her hier. Alles klar. Der Tisch ist aber echt ein bisschen eng, ne? Bin meinem Arsch gar nicht rein. So, mach mal ganz kurz sauber. Kann ich den denn eigentlich wieder, warte mal, verwenden? Kann ich den irgendwie versetzen oder so? Möbel. Fand ich nicht. Ressourcen 5. Kann ich den denn? Ja, setz dich hin. Ich wollte nur wegstellen. Alles gut. Okay, alles klar. Lass mal zapfen. Drei Stück. Kann ich, dass ich den Laden zumache. So. Hier drei Stück können wir noch machen. Ich mache jetzt direkt alle. Dann kann ich gleich wenigstens vernünftig zumachen. Alles klar. Und das letzte. Ach, es war nicht so toll. Weil die so frech waren, kriegen die das jetzt? Mal Tablette her. Wer kriegt's von euch? Sie. Wollt eigentlich, dass er das kriegt, aber egal. Dann nimm doch. Stark. Hallöle. Ja, ein Wunderschön. Was ist denn jetzt los? Ja, ja, ja. Ist ja gut. So, du kriegst das mal eins. Die sind noch voll mittendrin. Jetzt brauche ich noch eins. Warte mal. Musst du zu machen. Hier. Was ist denn jetzt los? Gebt den doch. Genau. Was mit euch? Reden. Meine Begleitung und ich wünschen einen Tisch für zwei Personen. Ich bitte euch, noch etwas zu warten. Ah, okay. Alles klar. Komm mal schnell dicht hier. Nicht, dass ich gleich reinkomme. Ja, tschüss. Leute wie du, kommen hier nicht in die Gegend rein. Wir hatten hier drauf gegöbelt. Du, ne? So wie du läufst, brauche ich gar nicht fragen. So, alles klar. Wir machen mal sauber hier. Aber ich frage mich wirklich. Der war gut, ne? Aber ich frage mich wirklich. Braucht ihr den Kaktus noch? So, dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich habe natürlich jetzt nicht gefragt hier. Das Bild ist voll. Okay, alles klar. So. Wir müssen unbedingt aufwaschen. Oh mein Gott. Hier geht es aber echt ab, ne? 220 haben wir jetzt. Das ist mega. Das ist echt gut. Warum sitzt denn der jetzt da drunter? Ach, weil ich das erweitert habe. Stimmt. Alles klar. Auf den Tisch kommt der, glaube ich, nicht so gut. Hier, du hältst die Tür auf. Ja, fertig. Alles klar. Oder stell auf den Tisch. Ich weiß auch noch nicht. So. Okay. Das heißt, wir werden uns das mal ganz gemütlich abwaschen. So. Mal ganz kurz brainstorming. Was machen wir, Leute? Wir machen jetzt auf jeden Fall eine Erweiterung. Ist ein bisschen heavy. Am besten wäre es, wenn ich mir irgendwie Hilfe zu legen könnte, dass hier irgendeiner anfängt, mal die ganzen Sachen zu waschen. Weil durch dieses Ganze höflich sein und ha 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 und heiti-teiti wird hier irgendwie gar nichts. Ganz ehrlich. Das heißt, lasst mich mal ganz kurz gleich mit euch ins Verwaltungsbuch reinschielen. Wir gucken mal, ob wir irgendwas machen können. Wir können auch direkt Wasser holen. Ist schon wieder fast leer. So. Einmal kurz Augen weg. Das wird jetzt ein bisschen wild. Uha. So. Den nehmen wir mit. Und schmeißen den. Volle Pulle da rein. Genau. Stark. Okay. Dann. Alles sauber, ne? Sauber. Sauberkeit ist oben. Perfekt. So. Verbesserung. Alles klar. Wir können uns jetzt auf jeden Fall hier die Lagererweiterung holen. Besseres, größeres Lager. Das kann ich noch nicht. Was ist, wenn ich jetzt das kaufe? Dann kann ich nichts machen. Ich habe doch schon eine gekauft. Ach. Wir waren schon noch zwei. Das heißt, die Möglichkeiten sind da. Was ist denn das? Eine Pfanne? Verbesserung für Arbeitsplatz. Ein Haken. Bar und Pfanne. Verbesserung für Arbeitsplatz. Oh. Würste. Leute, ja. Das habe ich euch ganz vergessen zu sagen. Man kann ja auch kochen, ne? Deswegen habe ich anfangs mal irgendwann, glaube ich, ein Kochen erwähnt. Guck mal hier. 100. Nehmen wir. Wir machen das. Oh. Unser eigenes Scheißhaus. Oh. Guck mal, wie das glänzt. Hoffentlich bleibt das so. Wenn ich mir die Leute reinziehe, wie die auf die Tische kotzen, glaube ich, dass das aber in zwei Minuten zugeschissen ist. Ah. Guck mal. Jetzt ist sogar hier frei. Jetzt kannst du hier durchgehen. Das ist natürlich sehr gut. So. Lass uns mal ganz kurz hier ein bisschen Wasser holen. Extra Eimer. Sehr schön. Kann ich jetzt kacken gehen? Geh zur Toilette. Mach ich. In Zukunft sollten Sie sich darauf achten, dass die Toilette nicht lange schmutzig ist. Sonst wird es schrecklich stinken. Jetzt hat die in der Taverne eine Toilette. Ja. Wow. Sehe ich auch. Danke. Bestelle Wurst für Kunden. Ne. Für mich gibt es hier keine Würste. Wo sind wir denn hier? Thüringer Rostbratwurst. Soll ich jetzt noch holen? Okay. Wieso fehlen wir jetzt? Ach. Bei Becher. Ich weiß wieder, wo sie sind. Ah. So verstrahlt, ne? Gibt es nicht. Das ist echt so, ne? Wenn man irgendwas aufnimmt und dabei quatscht, geht irgendwie alles in die Hose manchmal. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. So. Wir gucken weiter. Verbesserung. Was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt noch 100 Münzen. Leute, ich muss auf jeden Fall Bier holen. Ich habe kein Bier mehr. Oh, Bierste können wir ja auch holen. Genau. Die eine Wurst. Ey, komm, wir machen 50-50. 10 davon. Und 10 davon. Cool? Cool. Alles klar. Dann warten wir, bis Bobby kommt. Dann füllen wir den ganzen Quatsch hier auf. Schon geil. Was ist, wenn ich denn hier mitten den Weg stelle? Kicken die den gleich weg? Ne Oma. Die haben sogar Omas hier. Die kommt zu mir? Willst du den Gartenzwerg? Hier. Hier. Nimm. Kuschel mit ihm. Es ist deiner. Du kannst ihn behalten. Nicht. Okay, dann nicht. Türsteher. Da ist er. Okay, Bobby. Stelle Wurst beim Kunden. Habe ich doch. Oh, cool. Echte Würste. Alles einpacken. Da reinschmeißen. Was haben wir jetzt? Neuaufgabe. Bereite Wurst vor. Snacks. Okay. Kunden können nicht nur Getränke, sondern auch Snacks bestellen. Kaufen Sie Ressourcen im Laden und bringen sie zum Lagerhaus. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und Snacks und Regale zuzuordnen. Okay. Alles klar. Ah. Okay, alles klar. Fünf Würste sind jetzt quasi vorbereitet. Serviere fünf Würste. Serviere zehn Viere. Dann lass uns mal ganz kurz zapfen, bevor wir loslegen. Es ist Zeit, Kunden zu bedienen. Wer sagt das? Hallo, das ist mein Lokal. Ich entscheide, wann hier die Öffnungszeiten sind. Geht's noch? Ups. Na gut. Stark. Alles klar. 500 Becher gemacht. Äh, 550. 100. Aber guck mal, siehst du das? Du stellst mir die hin. Ah, da kommen jetzt mehr drauf. Aha. Aha, 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 aha. Dann kann ich eins nehmen. Da hinstellen. Ich kann es doch eigentlich direkt auf dem Tablett lassen. Dann noch eins nachzapfen. Dann bin ich nämlich direkt leer. So, das heißt, wir haben zehnmal Bier. Ist schon mal stark. Und fünf Würste. Dann können wir den Laden eigentlich jetzt eröffnen, ne? Wie sieht's aus mit Sauberkeit? Super. Na, dann lass uns mal machen. Guck mal, wir haben jetzt 16.42. Leute, go. Ihr könnt. Ihr könnt jetzt rein, wenn ihr wollt. Ihr könnt sogar kacken, wenn ihr wollt. Muss einer irgendwie mal schiffen oder irgendwas? Hä? So ein Schiffenklang interessant, ne? Sogar von beiden Seiten. Hm? Ich würde ja schon gerne mal gucken. Ich habe jetzt zwar aufgemacht. Lass mal hier gucken. Wie weit können wir denn gehen? Gibt es denn noch einen Außenbereich? Oder was? Kann ich den auch noch bewirtschaften? Ja, ist klar. Wie weit kann man denn gehen? Was ist denn da hinten? Oh, guck mal da. Wer bist denn du? Kannst du mir helfen? Zum Verwenden. Bist du für die Horde oder für die Allianz? Was kaufst du für ein Kaugummi? Ey, da ist ein Schädel drauf. Kann ich den nehmen? Deko? Nein. Wieder rein? Was gibt's hier? Was ist das? Ein Helm. Reifen. Oh. Ein paar Clown, oder was? Ich nehme den mal mit. Okay. Zwei Bestellungen. Ah. Ich habe ja noch eine Taverne. Was? Habe ich voll vergessen. Ey, der Helm ist ja schick. Cool. Guck mal, wenn ich den jetzt nehme. Ich stelle den erstmal hier hin. Oh. Der Mittiger wäre schon cool. So. Ja. Braucht nicht fuchteln. Zwei Stück. Bitteschön. Und bitteschön. So, meine Holte. Sieht auch wieder sehr zuckersüß aus. Wünsche ich einen guten Punkt. Irgendwie so. So, was haben wir denn hier? Gestern sagt ein Zauberer, er könnte fliegen. Heute liegt er nur da und sagt, der Flug sei gescheitert. Ja, das ist doch gut. So, was haben wir denn noch? Oh. Was ist denn hier los? Ein Dreiertisch? Äh, warte mal. Wartet. Warte, 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 warte. Habe ich Geld? Ich habe gar kein Geld. Äh. Ja, nee, dann geh. Ein Dreiertisch. Oh, das wäre cool. Lass mal gucken, was kostet der denn? Äh, Lieferung, Möbel. Dreiertisch. 65? Dann müssen die Ladies aber jetzt ordentlich blechen hier. Ja, das mit dem Kotzen nehme ich dir nicht übel. Verstehe ich. Ich verstehe das alles gut. So. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Ich habe es gar nicht geguckt. Moller bist du 30 pro. Nee, 15 pro, ne? Genau. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. So. Lass mal ganz kurz hier. Auffaschen. Dann haben wir es nachher nicht. Na los, nimm weg. Zack, den nächsten. Das war es schon. Okay. Gut. Was kriegt ihr zweimal Bier? Kommt sofort. Blub, blub. Blub, blub. So. Ach, guck mal hier. Legt das erste Tablett. Nee, legt erst das Tablett weg. Halten zum Aufheben. Oh. Jetzt kann ich umändern. Ah, bisschen Abstand. 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 So. Ja, sorry Jungs. Ich habe noch keinen Dreiertisch. Hallöchen. Oh, heute gelockt und gewählt. Nee, nur gewählt. So, was bekommen sie denn? Die sind noch zu glücklich. Zu glücklich. Die sind noch glücklich. Ja, ihr könnt euch weiterkauen. Ich will nur ganz kurz hier mal mir einen kleinen Bonus holen. So. Wir brauchen gerade jeden. Äh. Wo sind die hergekommen? Die jetzt hier drin? Hm. Okay. Alles klar. Die gehen einfach. Das heißt, es war gut. Nimm doch alles mit, Mike. So. Hm. Ich muss nur aufpassen, weil wir haben nicht so viel Bier, ne? Ich könnte natürlich jetzt nachbestellen, aber ich will eigentlich diesen Dreiertisch haben. Wenn ich jetzt aber wieder nachbestelle, kommt natürlich automatisch mehr Geld rein. Das ergibt alles wieder Sinn, aber dann auch irgendwie wieder nicht. Und dir? Geht's gut? Karawane aus dem Osten. Hm. Die wollen alle einen Dreiertisch. Leute, ich brauche den Dreiertisch. Zahl mal endlich. Ja, danke. Jetzt schieb ab. Jetzt kann ich den Dreiertisch holen. Äh. Lieferung. Möbel. Dreiertisch. Einmal liefern. Jetzt gehen wir schnell raus und sagen denen, die soll warten. Ah ja, Tisch. Stehen die jetzt zu viert hier? Wollt ihr mich verarschen? Spielt ihr irgend so ein Spiel? Was ist das hier? Warte. Er kommt gleich. Ernsthaft? Oh mein Gott. Den Münzen. Ja. Gehen sie schon mal rein. Ich komme sofort. Legt da noch irgendwas? Ne, ne? Ne. Da kommt er. Leute, er kommt. Er kommt. Einmal noch ganz kurz hinhalten. Ja. Jetzt hole ich mir den Tisch und stelle den direkt hin. Oh, jetzt will ich doch noch was trinken. Hier. Ich komme sofort. Warte. Ich kann hier raus. Oh, das war jetzt ein bisschen wirsch. Warte. Schnell. Oh, jetzt muss ich den Sack noch nehmen. Die war kacken. Ey. Hoffentlich hat sie abgespült. Ach ne, gab es ja nicht, ne? Warte. So, das ist jetzt aber wild hier. Das sage ich euch. So. Jetzt müssen wir. Oh, hier mit dreckigen Schuhen auch noch ins Lokal. Ich fülle doch keine Wurst. Ich fülle den Tisch. Und den nehmen wir jetzt und den stellen wir. Was war das mit dem Drehen? So, hier. Den stellen wir dann hier hin. Ihr könnt kommen. Muss hier noch einen Besen nehmen. Muss hier noch putzen, ey. Nur weil die wieder sich nicht benehmen können. Ja, ihr kleinen Schweine. Dich aus der Haut fahren. Ja, du kriegst jetzt gar nichts, weil ihr frech wart. So. Ja, noch ein Bier. Hast du nicht schon eins gehabt? Gibt es doch nicht. Äh, was war das jetzt? Zweimal Bier und ne Wurst. Zweimal Bier und ne Wurst. Alles klar. Dann haut rein. Wie Bier hab ich denn noch? Eins. Oh, Schnitzel. Ich muss auf jeden Fall zumachen. Ich hab nix mehr, Leute. Mach zu. Okay. Und? Er will... Brauchst du gar nicht winken. Kann ich da irgendwie draufspucken? Oh ja. Gib mir die Wurst. Hier. Wohl bekommst. Freut mich, dich zu sehen. Ich will dir nicht voll babbeln. Ich will dem ne Wurst geben. Hier. Nimm. Kann ich nicht. So, auch jetzt. Alles klar. So, hier. Wie schmeckt deine Fleischwurst? Direkt ganz benommen. Alter. Guck nicht so. Ey, ey, ey. Schweinebacken, ey. Schau ich an. Boah, 40. Aber gibt gut Kohle bei so einem Dreiertisch. Echt gut. Alles klar. Noch ein Bier. Irre. Ey, du hast schon zwei. Ich trage dich. Obwohl doch. Dich würde ich nach Hause tragen. Ja? Findest du gut? Ich auch. Ja, Entschuldigung. War vielleicht ein bisschen anstößig, aber... So, okay. Wurziger Tisch. Ach, jetzt können wir auch mit Münzen bezahlen. Aber das ist auch wie Piratengeld. Was hast du vor? Gehst du jetzt kacken? Mach zu. Mir wird nicht geschissen. Okay, viel Spaß. Viel Erfolg. Was ist jetzt los? Ja, wenn du dir die Dinger reinschraubst, wie so eine Irre. Doch klar. Hier, was ist mit dir? Oha. Was ist jetzt los? Hier. Wirf die Trinkpolt aus der Taverne raus. Schwinde. Unter von meiner... Von meinem Rasen. Hier, weg da. Kann ich die denn werfen? Was für ein Schrott. Hopp. Und dass du mir ja nicht wiederkommst. Du solltest aufpassen, dass hier keiner reinkommt, Mann. Hey, alles klar. Was für ein aufregender Tag, ey. Holla die Waldfee. Also, was haben wir jetzt? Wir haben Klo. Ey. Kannst du nicht außen rum gehen? Du bist doch fertig. Schön durch mein Lokal, ne? Bestimmt noch Kacke an den Füßen. Ich aus. Liegt die da immer noch? Geht die nicht nach Hause? Geh weg. Verschwinde. Oha. Weg. Verschwinde. Geh weg. Die hat mein Besen gegessen. Hier. Ja, nimm die mit. Deine. Hartes Geschenk. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das war Tag Nummer... Weiß ich nicht. Zwei oder so. Ich will nicht wissen, was da noch passiert. Okay. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abo, Like, Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Würde mich riesig freuen, auf jeden Fall. Und, ja. Willst du noch was sagen? Tschüss. Die, die. DENNIS ,